Wieder mal zu einer Sonntags-Morgens-Tour mit Dennis, Marco und Wolfgang unterwegs. Über die Fuchskaude, Ketzerstein, Dreiländereck, Rabenscheidt, Breitscheidt, Heisterberger Weyer zurück finden wir sehr viel Matsch unterwegs und haben unseren Spaß. Musik 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 Die Fuchskaude ist ein erloschener Vulkan und mit 657,3 Meter über 0, der höchste Berg des Westerwaldes und des Westerwaldkreises. Musik 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 Okay. 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 Angekommen am Ketzerstein. Der Ketzerstein liegt auf ca. 610 m Höhe in der Gemeinde Liebenscheid. Der Ketzerstein besteht aus ungewöhnlichen Basaltformationen, die nicht in Säulen, sondern in Blöcken abgelegt wurden von der Lava. Des Weiteren besagen die Legenden, dass diese Ketzersteine in der vorköstlichen Zeit als Opfer an Tag genutzt wurden. Einen Lauf Seitens 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 Das war's für heute. Das Dreiländereck liegt in der Nähe von Weißenberg und beinhaltet die Grenzen von Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz. Das Dreiländereck liegt in der Nähe von Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz. Das Dreiländereck liegt in der Nähe von Nordrhein-Westfalen. 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 Nach zwei, drei Viertelstufel. Nach zwei, drei Viertelstufeln. Stunden, 34 Kilometer, 620 Höhenmeter geht es wieder Richtung Heimat. Tschö, bis zum nächsten Mal.